Das Video Just Over Broke und vielleicht erinnerst du dich daran, hat eine Menge Fragen aufgeworfen bei dem einen oder anderen und das hat mich veranlasst, dieses Video heute für dich aufzunehmen. Denn in einem Teil dieses Videos sprach ich davon, dass es durchaus sinnvoll sein kann, dein Einkommen durch den Aufbau eines eigenen Business zu erhöhen oder zumindest durch den Wert, den du besitzt, für andere zu erhöhen. Und heute möchte ich mit dir darauf eingehen, wie du diesen Wert, den du hast, tatsächlich ermitteln und finden kannst, damit du eine Grundlage hast, an der du arbeiten kannst. Und deswegen lass uns mal starten, wie entsteht eigentlich dein persönlicher Wert? Und dein persönlicher Wert, meistens in dem Moment, wo du ein Arbeitnehmer bist, wo du einen Job hast, wird dir durch andere gegeben oder er wird dir durch andere suggeriert, nämlich in Form eines Gehalts. Aber was beeinflusst dein Gehalt? Na, in der Regel ein sogenanntes Stellenprofil. Dieses Stellenprofil sagt aus, welche Erwartungen werden an dich gestellt, welche Aufgaben hast du zu erledigen. Diese Aufgaben werden natürlich, wenn man das so nennen will, in ein Zeitfenster gepackt. Das heißt also, 8 Stunden am Tag hast du für die Bewältigung dieser Aufgaben zur Verfügung. Und das ist es auch schon. Das heißt also, das Thema Stellenprofil, was hast du zu tun, sagt eine Menge dafür aus, was ist der Arbeitgeber bereit für die Leistung, die in diesem Job erbracht werden muss, zu bezahlen. Ein zweiter Punkt, der einzahlt auf deinen Wert, ist deine sogenannte Qualifikation. Also hast du eine originale Berufsausbildung in dem Job gemacht, den du da antreten möchtest oder in dem du tätig bist? Hast du vielleicht sogar ein Studium absolviert, was dir eine höhere Qualifikation mitgibt und dir natürlich auch die Übernahme anderer Aufgaben leichter macht? Oder hast du durch sonstige Weiterbildungsmaßnahmen deine Qualifikation erhöht und dich damit im Wert selbst gesteigert? Auch das hat Einfluss sozusagen in der Bewertung von anderen, weil sie urteilen ja darüber, ob deine Qualifikation jetzt ein bestimmtes Einkommen wert ist. Und natürlich spielt auch die Anzahl der Berufsjahre eine Rolle, lass es mich mal so sagen, zumindest in der altertümlichen Betrachtung der meisten Arbeitgeber, weil sie sagen natürlich, je länger du in einem Job gearbeitet hast, umso mehr Berufserfahrung hast du gesammelt, umso mehr Berufsjahre hast du, auf die du zurückblicken kannst. Und in dieser Zeit hast du ja Erfahrungen aufgebaut, die einen bestimmten Wert besitzen. Ab irgendeinem Zeitpunkt ist das egal, aber gerade am Anfang, wenn du einen Job anfängst, sagt man dir wahrscheinlich, hey, du hast noch nicht so viel Erfahrung, deswegen können wir dein Gehalt noch gar nicht so weit oben ansetzen. Also das bestimmt schon mal so ein bisschen den Wert, den dir ein Arbeitgeber gibt. Dazu gibt es natürlich noch weitere Abhängigkeiten, die ich mir für dich mal notiert habe. Also erstens, es hängt natürlich davon ab, wie die Unternehmensführung in diesem Unternehmen, in dem du tätig bist, die Kompetenzen bewertet, mit denen du für das Unternehmen aktiv bist und wie du zur Umsetzung der unternehmerischen Strategie beiträgst. Es macht also einen Unterschied, ob du im Verkauf tätig bist und damit tatsächlich operatives Ergebnis produzierst oder ob du in einer Backoffice-Einheit arbeitest und theoretisch Aufträge nur abarbeitest. Also der Aufwand bzw. der Anspruch an die Aufgabe und dein Beitrag zum ökonomischen Ergebnis deines Arbeitgebers bestimmen natürlich auch, wie dein Einkommen, wie dein Gehalt eingestuft wird. Die andere Schwierigkeit ist, dass das natürlich dazu führt, dass nicht alle Jobs in einem Unternehmen, übrigens die meisten nicht, überhaupt mal an das Wachstum des Unternehmens gekoppelt sind. Also ich kenne ganz wenige Unternehmen, die sagen, lieber Mitarbeiter, wir wollen in diesem Jahr um so und so viel Prozent wachsen. Und weil wir das wollen, haben wir natürlich an dich eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung wollen wir auch rechtfertigen und die wollen wir auch bezahlen, weil wenn wir das gemeinsame Ziel erreichen, meinetwegen wir wollen um 20 Prozent wachsen, dann wird auch dein Einkommen um 20 Prozent wachsen. Das machen ganz, ganz wenige Unternehmen. Allerdings wäre es eine sehr interessante Vergütungsstrategie, weil dadurch, auch wenn nicht jeder Mitarbeiter monetär zu motivieren ist, hast du definitiv eine Motivation für die Menschen richtig Gas zu geben, richtig Attacke zu machen, sich also richtig rein zu hängen und zwar egal in welcher Position. Machen aber nicht viele Unternehmer und deswegen ist das ja etwas, wo du den Wert, den du hast eigentlich gar nicht sehen kannst. Und deswegen hast du in ganz vielen Firmen übrigens auch viele Arbeitnehmer, die machen 9 to 5 oder das, was nötig ist, weil sie sagen, egal ob ich mehr oder weniger mache, ich verdiene im nächsten Jahr dasselbe Gehalt. Also warum soll ich mehr tun als das, was ich jetzt sowieso schon tun muss? Ja und natürlich spielt es auch eine Rolle, wie das Unternehmen seine Produkte und Margen gestaltet. Ich kenne Unternehmen, die haben Produkte und Dienstleistungen, da hast du 90 Prozent Kosten, Aufwand, Ressourcen, Rohstoffe etc. und du hast 10 Prozent Marge. Ja und das ist natürlich gewinnseitig nicht wirklich großartig. Dann hast du Unternehmen, die haben einen Material- und Zeitaufwand von, lass mich sagen, 10 bis 15 Prozent und 85 bis 90 Prozent Marge. Die machen ganz andere Gewinne und die können natürlich ganz anders investieren und die können auch ganz anders, was von den Gewinnen an die Mitarbeiter weitergeben. Macht also Sinn, dass du mal drüber nachdenkst, wo liegt denn das, was dein Arbeitgeber an Margen verdient, im Verhältnis zu dem, was du an Wert für das Unternehmen beitragen kannst. Denn beispielsweise, wenn etwas bei dir an Idee entsteht, wodurch dein Arbeitgeber die Marge für ein Produkt von 10 auf 25 Prozent erhöhen kann, dann schaffst du für deinen Arbeitgeber einen Riesenwert, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, wie man das also einsteuern kann, wie du dafür sorgen kannst, dass dein Wert für jemanden, der ihn beschreibt und der davon profitiert, in dessen Wahrnehmung stärker wächst. Ja und das bedeutet, dass die meisten Arbeitnehmer sich einem Schicksal fügen, weil ihr Wert durch andere bestimmt wird. Und damit kannst du mit diesem Video aufräumen. Nach diesem Video wirst du die Gelegenheit haben, deinen Wert erstens selbst zu beeinflussen, mitzubestimmen und dafür kriegst du jetzt von mir hier mal ein paar Ansätze. Also wie funktioniert das? Die erste Frage, die du dir mal stellen kannst ist, wenn du heute einen Status Quo hast als Arbeitnehmer, was hat in den letzten zwölf Monaten durch meine ganz persönliche Einflussnahme den Wert meines Arbeitgebers gesteigert? Nicht welche Ziele habe ich erfüllt, sondern wie hat sich der Wert meines Arbeitgebers in den letzten zwölf Monaten durch meine ganz persönliche Arbeit erhöht? Das hat damit zu tun beispielsweise, wenn du irgendwelche Dinge getan hast, die du überdurchschnittlich abgeliefert hast. Weil du entweder nie auf die Uhr geschaut hast im Sinne von, oh es ist 17 Uhr, der Stift fällt mir aus der Hand und ich verlasse fluchtartig das Unternehmen. Weil du vielleicht gesagt hast, ich möchte dieses Projekt zu Ende bringen und ich möchte dieses Projekt nicht nur zu Ende bringen, sondern ich möchte es in einer Qualität abliefern, die weit über dem liegt, was die originale Erwartungshaltung war. Oder weil du beispielsweise Prozesse gesehen hast, die der Arbeitgeber zwar mal eingeführt, aber nie permanent reviewt hat und du sagst, wenn wir diesen Prozess ändern, können wir in der Arbeitsgeschwindigkeit um so und so viel Prozent besser werden. Oder wenn wir dieses Produkt so und so gestalten, dann können wir die Marge ausweiten, ohne dass wir den Preis erhöhen müssen. Also was auch immer du an überdurchschnittlicher Leistung zur Wertsteigerung deines Arbeitgebers beigetragen hast, in den letzten zwölf Monaten ist definitiv ein, zwei, drei oder vier Argumente wert, die du deinem Arbeitgeber mitgeben kannst, warum du wertvoller bist, als es vielleicht in der Stellenbeschreibung angelegt ist. Das ist eine Möglichkeit, ein Punkt. Natürlich kannst du dir in dieser Betrachtung Gedanken dazu machen, was an dieser Wertsteigerung, die du erzeugt hast, ist ausschließlich nur auf dich als Person zurückzuführen. Nicht auf den technischen Background, den du hast, nicht auf die Unterstützung eines Teams, auf das du zugreifen konntest, sondern was von diesem Zusatznutzen für deinen Arbeitgeber hat nur mit dir als Persönlichkeit zu tun. Das unterstreicht den Wert, den du für dieses Unternehmen hast, noch einmal besonders. Das könnte beispielsweise sein, dass du gesagt hast, okay, nicht nur ich habe dieses Unternehmen durch eine Idee weitergebracht, sondern ich habe gleichzeitig meine Kolleginnen und Kollegen im Vertrieb so an die Hand genommen. Ich habe mir die Zeit genommen, ihnen meine Skills weiter zu vermitteln, dass sie dieselbe vertriebliche Höchstleistung erzeugen können, wie ich das kann, ohne dass ich mich dabei in den Vordergrund gestellt habe. Also es gibt solche Menschen, die das tun, vielleicht bist du einer davon, die sagen, ich möchte nicht nur selbst der Held auf dem Treppchen sein, sondern ich möchte, weil ich an den Teamerfolg glaube, mein Team mit mir gemeinsam erfolgreich machen und dann zeigst du deinen Kolleginnen und Kollegen, es gibt da einen Begriff für, den mag ich zwar nicht so, weil das ein bisschen durch den Wolf genudelt wurde, aber Best Practice. Ich zeige anderen, wie ich es besonders erfolgreich mache und schöpfe damit wesentlich mehr Wert, weil wenn ich auf zehn Menschen verteilen kann, was ich alleine an tollen Ideen habe, habe ich einen riesen Multiplikator in diesem Prozess und das sorgt natürlich für eine extreme Wertsteigerung. Es kann aber auch ein Projekt sein, was du bereit warst, zusätzlich zu übernehmen und damit natürlich auch den Wert des Unternehmens gesteigert hast. All die ganzen Möglichkeiten zählen dazu. Und zu guter Letzt ist es immer hilfreich, wenn du deinen Wert für deinen Arbeitgeber groß machen willst, dass du all das, was du ins Feld führst, an Argumenten auch belegen kannst. Und das funktioniert am besten mit den Dingen, die du wiegen, messen, zählen kannst. Also ob du jetzt eine bestimmte Anzahl an Produkten mehr verkauft hast, ob der Umsatz, den du produziert hast, von A nach B gewachsen ist, obwohl bei A dein Zielwert schon erreicht gewesen wäre. Also messen, zählen, wiegen, das sind die Dinge, die einen Arbeitgeber interessieren, an denen du natürlich auch argumentieren kannst, was konkret hat sich denn verändert. Denn nur wenn du über Theorie sprichst, über etwas, was man nicht anfassen, nicht greifen kann, wird es schwer sein, den Wert, den du mitbringst, auch tatsächlich in Euro abzurechnen. Und damit hättest du schon eine geringere Grundlage, um mehr Gehalt, mehr Einkommen bei deinem Arbeitgeber zu erfragen. All das, was du an Mehrwert geschaffen hast, kannst du jetzt vergleichen mit den Anforderungen an den Job, für den du eingestellt bist. Und du wirst sehen, wenn du genügend Munition gesammelt hast, dann hast du jetzt definitiv eine Grundlage, um deine Gehaltsforderungen nach oben zu setzen. Und mit dieser Legitimation all der Beweise, die du dafür anführen kannst, wird dein Arbeitgeber auch nicht anders können, als zu sagen, jo, ich möchte dir gern das Gehalt zahlen, was du dir dadurch verdient hast. Solltest du aktuell mit diesem Video erstmal den Impuls bekommen haben, dass du irgendetwas tun kannst, um deinen Wert für das Unternehmen zu steigern, dann nimm dir doch jetzt einfach mal vor, was du deinem Arbeitgeber in zwölf Monaten über die abgelaufene Zeit erzählen möchtest. All das, was ich dir vorher erzählt habe, wäre ja jetzt zunächst erstmal in der Rückwärtsbetrachtung, dass du dir anschaust, was habe ich geleistet. Wenn das aber noch nicht Argumentationsgrundlage genug wäre, damit du deinen Arbeitgeber von mehr Einkommen, von mehr Gehalt überzeugst, dann nimm dir das jetzt für die nächsten zwölf Monate vor und mach dir Gedanken, wie du den Wert deines Arbeitgebers so steigern kannst, dass deinem Arbeitgeber nachher nichts anderes übrig bleibt, als dein Gehalt nach oben zu setzen. Und wenn wir von dem Arbeitgeber weggehen, dann kannst du das Ganze erweitern. Und zwar kannst du dir überlegen, wie habe ich denn in den letzten zwölf Monaten das Leben anderer Menschen bereichert? Wie habe ich es besser gemacht? Wie habe ich es unterstützt? Wie habe ich anderen Menschen geholfen? Wodurch in meinem Dasein, in meiner Leistung, in meinen Ratschlägen, in meinen Erfahrungen, habe ich deren Leben etwas besser gemacht? Wovon konnten die profitieren? Und wenn du das für dich mal resümierst und du kommst zu einem Ergebnis, dann wirst du relativ schnell herausfinden, würden diese Menschen für das, was du für sie getan hast, vielleicht nicht gerade dieselben Menschen, aber würden Menschen für diese Problemlösung, die du erzeugt hast, denn vielleicht auch bereit sein, Geld zu bezahlen? Wenn es wichtig genug ist, dass dieses Problem gelöst wird, weil du Expertise aufgebaut hast, die andere nicht haben und die sie aber dringend brauchen, damit sie eine Situation bereinigen können, damit sie einen Bedarf decken können, dann ist das die Grundlage dafür, auf der du nachdenken kannst, ein eigenes Business zu gründen, eine eigene Dienstleistung oder ein eigenes Produkt zu entwickeln. Auch das ist ein nächstmöglicher Schritt. Ich kenne viele Arbeitnehmer, die sich mit der Situation auseinandergesetzt haben und ihren eigenen Wert nicht nur innerhalb des Unternehmens gesucht haben, sondern feststellen, da sind ganz andere Dinge plötzlich relevant. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe letztens ein Telefonat mit einem jungen Mann geführt, der im Ingenieurswesen aktiv ist und der ist in diesem Job richtig, richtig gut. Und ich glaube, er wird auch eine Menge Argumente finden, um seinem Arbeitgeber zu sagen, was er denn anders getan hat, was er besser getan hat, um sein Einkommen auch besser zu verhandeln. Und dann haben wir uns unterhalten, was ihn ansonsten denn für Erfahrungen geprägt haben. Und er erzählte mir von einer Geschichte, dass er über viele, viele Jahre mit seiner Partnerin eine Fernbeziehung geführt hat. Und diese Fernbeziehung immer noch existiert. Weit über zehn Jahre sind diese beiden Menschen jetzt zusammen und sie haben es gemeistert. Sie sind zusammengeblieben. Und er hat natürlich unglaublich viele Herausforderungen mit sich gebracht und in dieser Zeit haben diese beiden wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt. Und ich habe ihn gefragt, was glaubst du, wie viele Menschen führen da draußen Fernbeziehungen und stoßen immer wieder auf die ein oder andere Herausforderung? Und er meinte so zu mir, ich habe keine Ahnung, wie viele, aber alleine er kennt vier bis fünf Menschen, die genau so eine Situation durchleben. Und ich habe ihn gefragt, was meinst du? Könnten diese Menschen davon profitieren, dass du sie an den Erfahrungen teilhaben lässt, die ihr als Paar gemeinsam gesammelt habt, in der Bewältigung auch von Herausforderungen, die so eine Fernbeziehung mit sich bringt. Insbesondere, weil ihr jetzt zusammen wohnt und ein ganz anderes Gewöhnungsverhältnis eine Rolle spielt. Du kannst dir sicherlich ausmalen, was da alles für Herausforderungen in einer solchen Beziehung entstehen. Und er war total überrascht, dass das eine Möglichkeit sein könnte, anderen Menschen zu helfen. Aber das Interessante war, dass er nicht den Ansatz eines Zweifels hatte, dass das für andere Menschen interessant war. Er hat in diesem Lebensbereich nur nie danach gesucht, dass das ein Kompetenzfeld ist. Und mit diesem Kompetenzfeld er anderen Menschen in der Bewältigung von Herausforderungen und Problemen behilflich sein kann. Also denk mal darüber nach, wo in deinem Leben Erfahrungen eine Rolle spielen, mit denen du für andere Menschen wertvoll sein kannst. Und wie gesagt, daraus kannst du ein Business bauen, daraus kannst du Produkte entwickeln, damit kannst du zusätzliches Einkommen verdienen. Und dann weißt du, wo dein Wert ist. Weil der Wert drückt sich aus, dadurch, dass andere Menschen bereit sind, für deine Produkte und deine Dienstleistungen Geld zu bezahlen. Und je nachdem, wie groß dein Zusatznutzen ist, den du erzeugst, kannst du auch richtig viel Geld verdienen. Also, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video mal eine Idee mitgeben, einen Ansatz mitgeben, wie du darüber nachdenken kannst, welchen Wert du besitzt. Und nicht nur, weil es irgendwo auf dem Papier steht und neben diesem Anspruch steht eine Zahl in Form eines Einkommens, sondern wie du deinen Wert erkennst, wie du danach suchst, wie du ihn argumentieren kannst. Und wenn du heute glaubst, dass du viel mehr wert bist, als du jetzt bekommst, dann finde Argumente, die demjenigen, der diesen Wert festgelegt hat, davon überzeugen, dass du mehr wert bist. Auf diesem Weg kann ich dir nur sagen, wünsche ich dir viel Erfolg, denn dann hast du eine der weiteren Hürden genommen auf dem Weg zu deinem Vermögen. Nämlich, du hast an deinem Kapital gearbeitet. Du hast dein Kapital erhöht und mit diesem Kapital, was du erhöht, kannst du natürlich in der strategischen Umsetzung Vermögenswerte schaffen und das ist ein wichtiger Schritt. Hin zu mehr Lebensqualität, hin zu mehr Einkommen, hin zu mehr Vermögen. Ich wünsche dir dabei, wie gesagt, viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao. Bis dahin alles Gute.